Carina W.I.T.T.H.Ö.F.T. im Babyglück. So heißt der Nachwuchs des ehemaligen Tennisprofi. Hamburg, Ex-Tennisprofi Carina Withöft, 28, ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die süßen Nachrichten verkündete die 28-Jährige am Sonntag in einem Instagram-Post. Kaspar Carlo Withöft heißt der kleine Sprössling und wurde demnach schon am 18. August geboren. Mutter und Kind geht es allem anscheinend nach gut. Das zeigen zumindest die beiden Fotos, die die ehemalige Tennisspielerin zur Geburt ihres Sohnes postete. Zu sehen ist Carlo, wie er auf dem Bauch seines Vaters Spencer Werner ruht und zärtlich von Carina gestreichelt wird. Zahlreiche Glückwünsche in den Kommentaren ließen natürlich nicht lange auf sich warten. Carina Withöft hat sich verlobt. Noch kurz vor der Geburt gab Carina Withöft auf Instagram ihre Verlobung mit ihrem Partner Spencer bekannt. Yes! Cheers to forever! Ja! Prost auf die Ewigkeit, schrieb sie Ende Juli zu einem Bild, auf dem sie ihren neuen Verlobungsring in die Kamera hält. Wann das Paar dann auch offiziell ja sagen wird, ist bislang nicht bekannt. Zunächst einmal dürften die beiden allerdings mit ihrer neuen Aufgabe, der Elternschaft, zur Genüge ausgelastet sein. Carina sagte geplantes Comeback ab. Carina steht schon seit einigen Jahren nicht mehr als Tennisprofi auf dem Platz. Ihr letztes Profimatch absolvierte sie in der ersten Runde der Australian Open 2019. Seitdem pausiert die 28-Jährige. Im Februar 2020 sagte sie ein geplantes Comeback ab. Es fällt mir sehr schwer, euch mitzuteilen, dass ich leider verletzungsbedingt vom Turnier in Altenkirchen nächste Woche zurücktreten muss. Wie es aussieht, habe ich nicht auf meinen Körper gehört, ich hätte es tun sollen. Daher kann ich nicht sagen, wie die nahe Zukunft aussehen wird, schrieb sie damals dazu auf Instagram. Carina begann schon im zarten Alter von gerade einmal fünf Jahren mit dem Tennisspielen. Mit nur 14 Jahren war sie 2009 die jüngste Hamburger Damenmeisterin. Restë im Auslanden Ich bin zugänglich, Herr St – gesteigter es am meisten des Genüges Fahrten für Niem Emirher 33. uri. ... ... ... ... ...